Musik Musik Nächste Woche haben wir Vollmond im Löwe. Löwe ist ja sehr ein königliches Zeichen. Das heisst, dass wir nächste Woche unsere Bedürfnisse, die wir haben, all das, was uns wichtig ist, auch ins Zentrum stellen sollten. Also, dass wir schauen, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Ich würde auch sagen, wir dürfen hin und wieder auch ein bisschen gesund, egoistisch sein. Es geht auch darum, dass wir nichts auf die Seite schieben oder nichts sagen, ja, das hat jetzt noch Zeit oder das mache ich dann nächste Woche, sondern wichtig wäre, dass man das, was man sich vorgenommen hat, jetzt in dieser Vollmondzeit dann auch umsetzt. Es geht auch darum, dass wir aus allem, was es gibt, oder die Chancen, die sich auch bieten, oder die dann das Leben gibt, das Maximum herauszuholen. Und in diesem Maximum gibt es kleine oder grosse Extrasachen, die auch Chancen sein oder auch Möglichkeiten sein, dass wir Mut haben, diese zu nutzen und aus dem Vollen zu schöpfen. Kreativ sein mit den Situationen und dann schauen, was Ende Woche aus dem herauskommt. In diesem Sinne eine kreative und kraftvolle Vollmondwoche. Das HW Babycenter Bad Ragaz. Auf Sie warten über 70'000 Artikel auf 2500 Quadratmeter rund ums Baby und werden die Mammis. Über 300 Kinderwagen, komplette Kinderzimmer, Mode fürs Mami und das Kind, Spielsachen, Autositz und und und. Einfaches Paradies für Ihres Familienglück. HW Babycenter. Autobahnausfahrt Bad Ragaz Nord.